Ah, sehr geil für mich. Seht mir sofort die Geschichte, ja. Sehr geil. Ihr fliegt. Scheiße! Alter, die crashen alle! Ich bin crasht. Ich bin crasht, ja. Bei denen sind jetzt schon 5 Leute gecrasht. Na, ich wollte grad rin... Sauber! Du hast doch jeder rausgeholt, super. Aber 2,3 E-Left hab ich. Hat der Gegner, das hat zu bezahlen. Wer in den Raum nicht rin gekommen ist, der kann ja ein bisschen Spaß auf die Außendinie machen. Ach, ich grade. Ja, ich muss ja gar nicht zugucken. Schwester, wo soll ich lang gehen? Mit meinen Air-Lefts? Süd oder Nord? Okay. Okay. Da kommt Fighter Süd. Aber ich schick gleich raus. Oh, 4 Minuten noch. Leute, gleich wird's laut. Sehr geil! Schon weggetrotzt. Tonate, oh! Ne. Torbomber. Ne, die wollen auch Spaß haben. Alter, brauchen die lange, Mann. Nervig ist der Akufa-Bocktail damit. Auf jeden Fall, da durchkommst du dann... ...fakt immer. Vielleicht sind meine Fighter auch Asen. Also meine Fliege Asen. So, jetzt wird's laut, Leute. Ohren schützen. Ja, mach einfach. Drei Minuten hast du noch. Entschuldigung. Genau, wir haben nur so vier Minuten. Hau mal rüber, die Dinger. Schieb rüber! Anstatt da den Sound zu genießen, Alter. Die fliegen doch schon! Sag mal, wieso ist da eine Null drunter? Haben die immer. Okay. Ich hab nämlich so ne hässliche... Ich hab nämlich ne rote Lampe hier bei mir leuchtet. Wie ist das? Alter, wieso sind zwei schneller als alle anderen? Sieh, ja, du musst ein Becken bombardieren. Also den, den Platz da. Alter, ich komm durch! Na, wirklich? Na, kommst du nicht. Das möchte ich sehen, dass du in den Hafen reinkommst. Mach es klar, Alter. Ich bin fast ne... Hälfte hab ich schon. Wie viel brauchst du denn? Was, die Hälfte vom... Hoffen? Nein! Hinter mir sind Fighter! Ne, ein Scout. Das sind Scouts. Ich glaube, ich will. Fighter! Vor mir sind Fighter! Schwester! Wir sind ein Problem. Oh. Zwei haben sie runtergeschossen. Und wie viel bist du? Äh... Acht! Bist heilt? Ja, jetzt fliegt der hin und halt die Fresse, Alter. Mach jetzt die Scheißen klar. Und dreh mal nach hinten weg, Mensch. Jetzt bist du gleich da. So. Auf dich wird schon geballert. Die Fighter stehen nämlich... äh... stehen nämlich im Weg. Und sie sind drin! Ja, jetzt dreh mal weg nach hinten, Mensch. Wie viel hast du da? Wo kriegst du? Sieben Stück. Na, wie viel vom Harten? Die Linie lässt sich wieder auf. Ja, das reicht doch nicht. Das reicht doch nicht. Das reicht doch nicht. Die sind noch nicht sehr gut. Wo sind denn meine? Doch, jetzt kommen sie! Aber es war nur einer. Jetzt... die gehen das nach und nach. Ein paar Minuten. Na komm, das müssen wir nächstes Mal aktiv haben. Ja, das kann man... das kann man gut spielen. So haben die die Russen aufgeholt, ne? Aber es war lustig. Naja, klar. Wie weit... Wie weit... Wie weit hat's drunter? War nicht viel. Ja, das ist ein ganz kleines...